Heute möchten wir euch eine ganz besondere Oldenburgerin vorstellen, Ruth Spielmeier Preuss. Sie ist mehrfach deutsche Meisterin im 400 Meter Lauf, aber auch international eine erfolgreiche Leichtathletin. Sie war 2016 in Rio bei den Olympischen Spielen und 2021 in Tokio. Heute ist sie bei uns hier in Oldenburg und zeigt uns ihre Lieblingsorte. Deswegen stehen wir hier vor der Grundschule in Böhmerstädte. Ja, hier hat eigentlich alles mit dem Sport angefangen. Ich war immer ein Kind, das viel rumgerannt ist, Bewegungsdrang hatte und meine Sportlehrerin aus der Grundschule hier in Böhmerstädte hat mir dann empfohlen, mal in den Leichtathletik-Verein zu gehen und Leichtathletik mal auszuprobieren. Wir hatten ja früher mal die Bundesjugendspiele. Da hast du sicherlich auch teilgenommen. Warst du da immer die Beste? Im Sprinten auf jeden Fall. Ich glaube, da bin ich dann schon aufgefallen. Das hat mir auf jeden Fall total Spaß gemacht. So andere Sachen wie Ballwurf waren eher etwas schlechter. Ja, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen ein ausschlaggebender Punkt gewesen für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mir das mal an. Wie ist das in so einem Verein? Macht mir das Spaß? Und ja, bin dann irgendwie dabei geblieben. Wir stehen jetzt hier vor dem Schliefenplatz. Ruth, du hast dir gewünscht, dass wir auch hier vorbeikommen. Welche Bedeutung hat denn der Trainingsplatz für dich? Der Schliefenplatz ist für mich total wichtig. Also ich war sehr oft hier, habe hier viel trainiert, bin hier oft hingeradelt und meine Eltern haben mich ganz oft hergebracht. Die haben uns auch manchmal getroffen und dann noch Pizza bestellt. Und ja, hier habe ich so das richtige Vereinsleben auch kennengelernt und zu schätzen gelernt. Du hast wahrscheinlich unzählige Stunden hier auf dem Trainingsplatz verbracht. Wir wissen ja, es hat sich gelohnt. Was würdest du denn sagen, was war dein schönster Titelgewinn bisher? Ja, also hier habe ich tatsächlich ein paar Meter zurückgelegt und die waren dann auch mit der Grundstein dafür, dass ich dann 2016 deutsche Meisterin geworden bin. Das ist für mich mein wichtigster Titel, weil ich wusste, als ich die Ziellinie als erst überquert habe und ich hatte auch die Norm für die Spiele, so jetzt bin ich durch, ich werde auf jeden Fall nominiert, ich bin dabei und ich konnte mir den Traum von den Olympischen Spielen in diesem Moment dann verwirklichen. Jetzt sind wir im Marschwegstadion. Für Ruths Laufkarriere auch ein ganz wichtiger Ort. Ruth, was verbindest du mit dem Marschwegstadion? Welche Erinnerungen kommen hier für dich hoch? Ich bin hier im Marschwegstadion tatsächlich ein meiner allerersten richtigen Sprintwettkämpfe gelaufen. Damals noch über 50 Meter und ich weiß noch, dass ich eine knallgelbe Radlerhose und ein knallgelbes T-Shirt anhatte, was ich jedes Mal zu Wettkämpfen anziehen wollte in der Zeit. Und das war auch der erste Wettkampf, wo ich gewonnen habe und danach gesagt habe, ja, das macht mir richtig doll Spaß, das möchte ich gerne weiter machen. Okay, also warst du ziemlich auffällig unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja super viel Zeit verbracht auf dem Platz und beim Training. Wie war das so mit Freizeit und Freunden? War das nachteilig für dich oder hat es dich nie gestört? Natürlich hat man mal Familienfeste oder irgendwelche anderen Feiern verpasst oder musste früher gehen, konnte Aktivität nur halb mitmachen und musste irgendwie auch ein bisschen andere Sachen mitbedenken. Also ich war fit für das Training am nächsten Tag. Ja, also hier und da würde ich sagen, hat man schon was verpasst, was andere Schüler in dem Alter vielleicht irgendwie mehr mitnehmen können oder auch dann später in der Uni. Aber insgesamt, wenn ich so ein bisschen zurückblicke auch, sind es vor allem die Freundschaften, die ich im Sport geschlossen habe, die ich als großen Gewinn aus dem Sport ziehen kann. Hattest du jemals rückblickend Zweifel, ganz aufzuhören vielleicht sogar oder war das eigentlich für dich immer ganz great dein Ziel, dass du weiter machst? Ja, solche Momente gibt es natürlich immer, gerade nach Verletzungen oder wenn man irgendwie nicht richtig vorankommt, dass man dann mal zweifelt oder auch über ein paar Tage, Wochen hinweg so ein Motivationsprobleme hat, irgendwie zum Training zu gehen, dass man dann so ein bisschen überlegt, was stecke ich rein, was kriege ich raus. Aber für mich war eigentlich immer der Schluss so, nee, das bringt mir sehr, sehr viel und ich möchte das gerne weitermachen. Also, dass ich ganz selten wirklich intensiv darüber nachgedacht habe, ob ich auffallen möchte oder nicht. Wir sind hier in Ruths Lieblingsgasse in der Oldenburger Innenstadt, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil sie ist wirklich super schön. Ruth, du als Oldenburgerin lebst ja jetzt in Hannover. Was vermisst du denn an Oldenburg? Ja, ich glaube hier gerade dieser Ort beschreibt das ganz gut, was an Oldenburg so schön ist. Gemütlich, heimelig, klein, aber halt auch einfach besonders schön. Von daher zeige ich diesen Gang oder diese Gasse hier auch immer Leuten, die nicht von hier kommen, damit ich ihnen besonders gut auf den Punkt zeigen kann, so schön ist Oldenburg und das vermisse ich, wenn ich zum Beispiel länger nicht da war. Du machst dich auch für andere stark, habe ich gelesen. Was ist da dein Gedanke und was tut dir da besonders am Herzen? Ja, für mich war und ist der Sport immer mein Happy Place gewesen. Ich möchte einfach, dass es gerade für Kinder und Jugendliche im Sport auch so ist, dass sie zum Training, in den Verein oder bei Wettkämpfen sich sicher fühlen können und keine Sorgen oder Ängste haben müssen. Von daher denke ich, da muss an einiger anderen Stelle noch viel getan werden, aber es ist auch schon viel im Gang, was sehr wichtig ist. Dann habe ich auf deinem Instagram-Kanal gesehen. Du kochst total gerne und beschäftigst dich auch gerne mit Ernährung. Was ist dein Lieblingsrezept oder was kochst du am liebsten? Ja, ich esse sehr gerne, gehe gerne einkaufen, gehe gerne ins Restaurant, koche gerne und vor allem mit Freunden. Ja, und Nudeln sind so mein Favourite eigentlich, also Pasta in allen möglichen Variationen. Und mein Lieblingsgericht sind Spaghetti Bolognese, aber die wünsche ich mir immer von meinem Mann, weil der die besonders gut kann. Wir sind jetzt auch schon am Schluss unseres kleinen Spots und ganz zuletzt haben wir noch eine kleine Überraschung, nämlich die liebe Mia und ihr Papa sind hier und du bist ein großes Vorbild für Mia. Wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt auch mal ein paar Fragen stellen, die du vielleicht schon immer mal persönlich hier stellen wolltest. Wie bereitest du dich einfach so allgemein auf die Wettkämpfe, auf große Wettkämpfe vor? Also neben dem Training versuche ich immer auch einigermaßen entspannt zu bleiben, weil dann ja je nachdem, was das für ein Wettkampf ist und was davon abhängt, ist man ja doch auch schon ganz schön nervös. Das geht mir auch noch so, auch wenn ich schon ganz viele Wettkämpfe gemacht habe und versuche einfach ein bisschen entspannt zu bleiben und gut zu schlafen und mich gut zu ernähren vorher und dann einfach auch mit Freude in den Wettkampf reinzugehen. Du warst ja bei den Olympischen Spielen in Rio und was war das für ein Gefühl, als du da eingelaufen bist? Ja, ich war tatsächlich einfach super super froh da zu sein, überhaupt es geschafft zu haben, weil das für mich ein Kindheitstraum ist, wirklich von klein auf, weil mir meine Eltern schon erzählt, dass ich immer gesagt habe, ich will mal zur Olympia und das einfach dann geschafft zu haben, war schon für mich das Größte überhaupt und ich war auch, weiß ich, noch so aufgeregt, dass ich, als ich ins Stadion gefahren bin zum Aufwärm, meine Eltern noch kurz angerufen habe und auch einfach geweint habe, weil ich so aufgeregt war. Also gar nicht, weil es schlimm war, aber einfach, weil ich mich so gefreut habe. Und ja, an dem Tag war ich einfach total glücklich, dass ich es geschafft hatte, dass ich da war und ja, dann auch sogar noch eine Bestzeit laufen konnte. War also ja, alles ist zusammengekommen, wie es sollte. Und wie hast du erkannt, dass so 400 Meter einfach so dein Ding sind? Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Also ich habe auch erst, ich bin mit 21 erst das erste Mal 400 gelaufen. Vorher bin ich 100 und vor allem 200 gelaufen und viermal 100 und habe immer gesagt, nee, 400 ist viel zu anstrengend. Besonders das Training ist viel zu lang, habe ich gar keine Lust. Also ich war so eine klassische Kurzsprinterin eigentlich und mir haben aber immer schon viele gesagt, ja, probier es doch mal aus. Also als 15-Jährige war ich auch ganz gut über 300 und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, ihr habt mich überredet, ich mache es einfach mal und dann hat es mir halt irgendwie gefallen. Also auch diese schon eine Hassliebe, weil man sich schon dazu überwinden muss, tut einfach weh. Die letzten 50 Meter auf jeden Fall kann man nicht leugnen. Aber immer, wenn ich ein hartes Training oder auch einen harten Lauf überstanden habe, bin ich auch stolz auf mich, dass ich mich dem gestellt habe. Mia, wie war das denn für dich dazu? War ja gut, live zu sehen. Ja, ich finde das natürlich richtig toll. Ich bin ein großer Fan von ihr und ihr jetzt auch einfach mal so persönlich Fragen zu stellen, ist die Welt für mich. Schön. Ja, Ruth, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass du heute mitgemacht hast und wir so einen schönen Tag miteinander hatten. Ja. Und euch natürlich auch. Und ja, alles Gute. Ich kann mich auch nur bedanken bei dir für die auch tollen Fragen und für den kleinen Rundgang durch Oldenhof heute. Und dass ich euch treffen konnte, war auch super cool und auch deine Fragen waren ganz sehr schön. Ja. Und wir Freemanin? Ja. 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 Vielen Dank.